Wie bringt sie ihm das denn bei? Ja, sie zeigt mit der Hand immer ganz viel, ja. Das macht der Yoshi sehr gut. Nicht nur der Yoshi. Das macht der Yoshi sehr gut. 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 Das macht, ja. Das macht es auch gerne. Ja, ja. Spaß. Das sieht gut aus. Ich habe wieder ein Donnerzimmer in Erinnerung. Ich möchte den gleich noch mal vorführen. Darfst du gleich. Aber jetzt sind wir noch beschäftigt mit Joshi. Tag. Ja, so süß. Vielleicht kannst du mal Stöckchenwerfen zeigen. Ja. Moment, scht. Ich muss mich schon mal dazu machen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020